Ich schnappe es mir gleich, bestimmt ist es Andy oder Danny, ich weiß nicht wie sie heißen. Was ist denn da? Kenny ist voll behindert geworden. Voll auf die Nerven. Okay, zurück im perversen Raum. Das brauchen wir natürlich für Tiere, ne? Okay. Was haben wir denn da? Hör damit. Jawohl. Du komm, du Kenny, ich komm mal. Wer ist das? Danny ist das, wa? Dann knöpfe ich mir jetzt vor den kleinen Penner. Na los. Na los gehen. Na los, hinterher. Und wieder einmal. Sneakily. Und grabben wir uns die Waffe und dann gibt's nen Headshot. Oh Scheiße, Andy ist da. Oh Scheiße, Andy ist da. Was war das? Ja, ich guck doch schon. Wo, 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 wo. Der ist? Keine Ahnung, er ist weg. Wo ist da hin, der kleine Penner? Keine Ahnung. Ich hab aber mal ein bisschen Angst. Oh shit, da ist er. Oh, oh, oh. Zu Glück hab ich die Waffe gegriffen. Nein, ja hier, komm. Wow. Oh, oh, oh. Kenny, mach was, hilf mir. Ja, danke. Zack, zack, guck mal. Ja, das hast du davon, du kleiner, kleiner Penner. Ja, die feige Sau. Ich bin enttäuscht. Am liebsten will ich dir ne Schelle geben. Los, lauf. Feiges Huhn. Boah, boah, boah. Und jetzt zu dir, mein Freund. Wer will dich schon haben, Mann? Heils Maul. Genau. Du willst gar nicht essen, Mann. Heils Maul. Nooo! Muss so sein. Tut mir leid, Clementine, aber... Er hat sich anders verdient. Schon okay. Na los. Lauf schon. Liebe, eil dich. Es geht um Leben und Tod. Loading. Sneaky. Wo ist der schon wieder hin? So, was ist los jetzt? Können wir jetzt nicht einfach zum Haus rotten? Da kommt wer. Ein dreckiger Zombie. Zack. Wer ist das? Carly. Ja. 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 Die Perversen. Finis. Was macht denn Kenny, ey? Der ist schon eine ganze Zeit vorher schon losgerannt und ist immer noch nicht da, oder was? Du sagst es. Jetzt komme ich, um dich zu holen. Hol sie dir, Lee! Ganz vorsichtig. Ich bleib schon stehen. Ah, guck mal da oben. Also müssen wir immer weiter auf sie zu gehen. Ich stehe. Hör auf, Lee! Oder geh weiter die Treppe hoch. Ich stehe. Aber vernaschen wolltest du mich. Los, komm. Ach komm, ich dachte das reicht jetzt schon. Okay, das war's. Such schnell raus hier. Keine Ahnung. Oh. Da sind sie. Der arme Duck, ey. Andi, don't get up! Oh. Keine Sau gedacht, ich werd dich befreien. Was habt ihr gemacht? Ihr habt essen, Menschen vernascht. Shut the fuck up. You think I'm playing here, boys? All we wanted was gas. We came to you peacefully. Ah. Öh. Kali, du bist meine Heldin. Auf ihn, los, Lee! Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Ich hasse diesen Scheiß. Ypsilon. Da hast du. Steh auf, Lee! Steh auf! Pass auf! Was macht der jetzt? Verdammt, was macht der? Hat er den Zaun wieder angemacht, oder was? Oh fuck, lass mich los, lass mich los. Lass mich los. Lass los. Nee, ist nicht an, oder? Ist nicht an. Scheiße, nein, ist nicht an. Oh, 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 oh. Ich drück doch. Ich drück doch. Wie lange muss ich drücken? Ich drücke. Oh. Ich drück doch, Mann. Wie lange soll ich denn hier drücken? Willst du mich verarschen? Oh, 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 oh. Bitte, bitte, bitte. Oh, 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 oh. Ich kann nicht mehr. Oh, oh, oh. Hilf mir, Lilly! Ja. kriegst du richtig packung mann hier rechts und links und rechts und links rechts und links komm ich versich... was? ja also kriegst du richtig mann rechts links und rechts und beide gleichzeitig schade doch nicht aufhören! immer weiter rein da hier kriegst du noch einen und noch einen nein das ist noch nicht genug immer weiter rein du glaubst auch nur du was mein ich wohl damit Quasimodo nein mann du hattest genug ich geh zu meinen leuten guck dich an du hattest genug la hier die し lift 到 euch das hat nicht d Kannst du auch so aufschweigen, wie du willst. Loading!